... auftauchen können, damit müssen wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist. So, und jetzt anschnallen bitte. Und etwas, worauf ich Sie auch hinweisen möchte, ist, es werden zukünftig mehr Varianten auftreten. Das ist biologisch sehr plausibel. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Verteidigung von Merkel sei aber gesagt, dass Herr Wieler auch schon einmal genau das Gegenteil behauptet hat. Was für ein Vergnügen für Faktenfinder, die sich einfach aussuchen können, was sie für Fakten finden wollen. Voila. Darum ist es also wichtig, dass die ganze Welt durchgeimpft wird, weil je mehr Impfschutz auf der ganzen Welt ist, desto geringer ist die Inzidenz und desto weniger Mutationen werden dann auch auftreten. Aaaaaah, ja, 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 ja. Bei Etsy findest du Millionen besondere Ideen. Mit Liebe handgemachte Dinge. Etsy hat sie. Kreative Dinge. Kreative Dinge. Etsy. Ein Se...